Musik Herzlich willkommen liebe Leute zu einem weiteren, ich wollte schon sagen Mist of Pandaria, natürlich Mist of Pandaria Guide. Allerdings befinden wir uns im Mokushan-Gewelde beim zweiten Instanz-Boss Feng der Verfluchte. Und bevor wir uns die Fähigkeiten von Fengern mal anschauen, erstmal ein, zwei Sätze zu den Tanks. Ihr seht hier schon zwei markierte, ja, Kristalle, sag ich jetzt mal. Einmal die Nullfikationsbarriere oben, die nimmt der Main-Tank, der auch Feng weiterhin tankt. Und unten die Hülle der Umkehr, die nimmt der Off-Tank. Und zum Off-Tank kommen wir gleich noch erstmal auf dem Main-Tank zu sprechen. Mit dieser Barriere hat der Tank die Möglichkeit, eine sechs Sekunden lange, ich sag jetzt mal so eine Blase, das ist eine Hülle oder eine Barriere eigentlich, eine Barriere um sich herum zu casten. Und alle Spieler, die dort drin stehen, erhalten weniger Schaden. Das Ganze benutzt man natürlich für zum Beispiel Epizentrum oder die Wildfeuer. Ich hab euch jetzt hier mal ein Beispiel für Epizentrum gemacht. Ihr seht oben im Bild Feng stehen, er castet sein Epizentrum. Die ganze Gruppe trifft sich einfach in der Mitte und stellt sich unter die Barriere. Gerade im 25-Spieler-Modus verursacht dieses Epizentrum. Unheimlich viel Schaden zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben natürlich noch blaues Gear, HC-Gear. Und ja, das ist halt alles relativ hoch vom Damage. Später im Verlauf wird man da ein bisschen anders spielen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt trifft man sich einfach in der Mitte und castet da diese Barriere. Genau wie die Wildfeuer bei den Wildfeuern ist zu beachten, dass die Barriere die Feuer absorbt. Das bedeutet dann wiederum für uns, der Boss kriegt keine Stanks und macht nicht weiter sein AE-Mist. Und ja, deswegen stellt man diese Barriere halt, sobald er die Feuer ranzieht. Das könnt ihr natürlich nicht immer machen, deswegen muss man das ein bisschen teilen. Aber ich denke mal, nach ein, zwei Tries habt ihr es da soweit schon raus. Ähm, der Off-Tank hingegen hat die Möglichkeit, sich die Hülle der Umkehr zu besorgen. Beziehungsweise zu besorgen ist falsch. Er benötigt die dringendst. Denn, ähm, ja, sobald man in dieser Hülle der Umkehr ist, verwandelt sich, also bekommt ihr so ein kleines Icon dazu. Ähnlich wie bei Ultraxion, wo man dann die Phase wechselt. So könnt ihr euch das jetzt hier vorstellen als Tank. Oder auch also gemein als Spieler, damit ihr wisst, was die Tanks hier überhaupt erleben. Denn das ist nicht so einfach. Ähm, auf jeden Fall wählt man dann, also unsere Tanks haben es so gemacht. Der Off-Tank, der in der Hülle der Umkehr war, hat den Main-Tank anvisiert und hat dann auf Ansage diesen Knopf gedrückt. Und ja, der bekommt dann die zuletzt gewählte Fähigkeit, die auf den Raid ging, beziehungsweise auf den Tank halt ging. Ähm, und die hat er dann sich, sag ich mal, von dem Tank genommen, von dem Main-Tank genommen. Und ihn dann, und dann wiederum gegen Fang eingesetzt. Ihr werdet das gleich im Video sehen. Wir haben da zwei-, dreimal zum Beispiel Epizentrum gestunnt. Und ja, außerdem hat er dann auch noch irgendwann die Blitzpeitsche genommen. Also geklaut und hat die dann automatisch auf den Boss angesetzt. Und dann immer drauf geachtet, dass der Dock nicht ausläuft. Und so weiter. Ähm, wir schauen uns das gleiche Video an. Ansonsten gilt es natürlich für die Tanks unbedingt darauf zu achten, dass die Blitzpeitsche nicht zu hoch stackt. Wir hatten einmal einen Siebener-Stack, da haben sich dann die Haider beschwert. Ähm, ihr solltet darauf achten, dass maximal, ich sag mal, zwei-, dreier-Stack, dann sollte ein kurzer Tankwechsel stattfinden, beziehungsweise der, ähm, Blitzpeitsche-Debuff auf dem Main-Tank sollte dann auslaufen. Und ja, in der Zeit übernimmt einfach der Off-Tank. Ähm, ist das Ganze mit dieser Hülle der Umkehr und mit der Barriere erfordert ein bisschen Übung, aber nach einer Zeit habt ihr das raus. Äh, ansonsten schauen wir jetzt mal direkt ins Video, ähm, denn es gibt hier noch einiges mehr zu erleben. Ähm, ja, im Normal-Mode sowie im, also 10er-25er-Modus seht ihr hier rechts insgesamt drei von diesen Statuen. Und diese Statuen sind halt die möglichen Phasen. Ähm, jetzt gleich betätigen erstmal die Tanks die Splitter. Ihr seht sie hier gerade rechts im Bild. Haben beide Tanks, ähm, das war gestern auch noch so ein kleines Problem, da die Splitter gerne mal rumgebackt haben. Ansonsten wird dann hier direkt zu dem, ich weiß nicht, ob der Tank das jetzt hier automatisch gemacht hat, oder ob Fengi automatisch hinläuft. Auf jeden Fall wird er hier bei uns getankt. Sieht man auch ganz schön an den ganzen Leichen. Und ja, Tank, wie gesagt, sollte darauf achten, dass Blitzpeitsche nicht zu hoch stackt. Wir haben mittlerweile erst ein Einer-Stack, das geht. Jetzt haben wir ja ein Zweier-Stack, das sieht man ganz gut links im Grid. Und da seht ihr auch schon, wie der Tank mittlerweile droppt. Also beim Dreier-Stack solltet ihr einen Wechsel vollziehen. Ähm, ansonsten sehen wir jetzt gleich hier das erste Mal Epizentrum. Und jetzt habe ich das angesprochen, jetzt ist das Angesprochene passiert, was vorhin, was ich vorhin gesagt habe. Der Off-Tank hat sich die blitzenden Fäuste, sag ich mal, gestohlen und das jetzt hier auf Feng angewendet. Das klappt nicht immer. Deswegen müssen hier unbedingt die Tanks miteinander reden. Das ist ganz wichtig. Hier müssen eigentlich nur die Tanks gerade in den ersten drei Phasen miteinander reden. Ähm, ja, und ansonsten, die Phase geht jetzt bis 66% und dann geht er eine Statue weiter. Hier nochmal Epizentrum und, ähm, ja, gleich sehen wir auch erst das erste Mal die Barriere in Aktion. Denn das dritte Epizentrum können wir nicht stunnen. Und, ähm, ja, das heißt, wir laufen alle hier zum roten X in die Mitte. Und dort stellt dann der Main-Tank in diesem Fall diese Barriere. Das werdet ihr jetzt hier gleich sehen. Epizentrum in 8, 7, 6. Die Timer stimmen auch noch alle nicht. Wie gesagt, das war jetzt der erste Tag, an dem die Instanz rauskam. Wir haben alle Shit-Gear, machen Shit-DPS und, ja, aber wir haben den Boss trotzdem besiegt. Auch wenn es irgendwie knapp anderthalb Stunden gedauert hat. Hier ist jetzt im Übrigen diese Barriere. Dort sollte sich der komplette Raid reinstellen und dann, ja, bekommt ihr weniger Schaden. Ähm, ja, 70%-Phase. Das wiederholt sich jetzt hier, wie gesagt. Tank-Wechsel und, ähm, Debuff auslaufen lassen. Ich denke mal, das ist für die Tanks klar. Ansonsten D-Ds fahren jetzt hier einfach wie gewohnt DPS. Vielleicht noch ein kurzes Wort, bevor wir eine Statue weitergehen, zum Healer-Line-Up. Wir haben sechs Heiler gehabt. Ähm, das ist aber mitunter relativ wenig. Ihr seht das hier gerade anhand des Epizentrums, wie die Gruppe droppt. Und, ja, zum aktuellen Stand könnt ihr da ruhig, denke ich mal, mit sieben oder acht Heiler spielen. Weil DPS ist dann doch nicht so entscheidend bei diesem Boss. Ansonsten haben wir jetzt 65%. Das heißt, die Statue deaktiviert sich hier gerade. Wir gehen eine Statue weiter. Und jetzt haben wir den Geist des Speers, die Phase Geist des Speers. Und jetzt werden gleich Spieler mit, ja, mit der Fähigkeit Zündung belegt. Ihr werdet das dann gleich sehen. Da laufen dann die Spieler, ähm, links raus. Zum Beispiel, ihr seht das jetzt hier, Wildfeuerfunke auf dir. Ähm, das heißt, ich habe diese Funke. Ich lege die möglichst weit weg, damit die möglichst lange unterwegs ist. Und er ist relativ spät bei Fang eintrifft. Ja, das geht jetzt so weiter. Ähm, auf den Tanks stackt jetzt die Fähigkeit Flammender Speer. Der Off-Tank versucht sich den natürlich zu nehmen und versucht damit Schaden auf Fang zu machen. Ihr werdet gleich sehen, links in dem Grid, beziehungsweise nicht in dem Grid, sondern in dem Skada, ähm, kommt Duneor. Da kommt er jetzt gerade auf Platz 9 und so macht er dann halt Schaden. Der ist am Ende auf Platz 1 oder so, glaube ich sogar. Und das ist auch Sinn der Sache von diesem Buff, dass der dann halt auf den Tank nicht ausläuft vom Off-Tank. Mittlerweile ist er auf Platz 8. Und, ähm, ja, links, wie gesagt, brennen die Feuer weiter vor sich hin. Äh, Wildfeuerfunke mager. Das heißt, er läuft jetzt hier wieder schön raus. Und legt das Feuer natürlich möglichst weit weg. Ähm, ja, gleich wirkt er die Fähigkeit Flamme anziehen. Dann hätte der Main-Tank die Möglichkeit, eine Barriere zu setzen, damit die, ähm, Buffs nicht auf dem Fang hochstacken. Ihr seht, wir haben jetzt einen 13er, 18er Stack. Und er explodiert jetzt hier und verursacht halt einiges an Schaden. Ähm, da man allerdings die Barriere nicht so oft einsetzen kann, wie er die Fähigkeiten wirkt hier, müssen wir das alles ein bisschen planen und klug planen. Ihr seht ja jetzt noch einen 12er Stack, 11. Äh, wenn ihr mal ins Boss-Frame schaut, 10 hat er gerade noch. Und, ähm, ja, bei der nächsten Phase wirken wir halt diese Barriere, damit er da nicht noch zusätzliche Stapel bekommt. Weil der Schaden erhöht sich natürlich immer mehr. Ihr seht, dass jetzt hier Flamme anziehen und die Barriere steht genau vor uns. Das heißt, er hat jetzt keinen Stack bekommen. Wir haben weiterhin einen 3er Stack. Und das ist perfekt gelaufen bei uns. Ihr solltet darauf achten, dass ihr in die 33-Prozent-Phase, also in die letzte Phase, ähm, mit einem Nuller-Stack von diesem, ja, ich sag mal, Feuer-AE reingeht. Denn, äh, sonst überlebt ihr das nicht. Auch, ich weiß nicht, im 10er weiß ich es nicht, im 25er zum aktuellen Zeitpunkt. Wie gesagt, habt ihr da Null Chance, weil das einfach zu viel Schaden ist, viel zu viel Schaden ist. Und ja, letzte Phase nennt sich Geist des Stabs. Und hier müssen vor allem die Range-Klassen und Caster-Klassen aufpassen. Denn er wählt hier auf einen, es sind manchmal auch zwei zufällig ausgewählte Spieler, die Fähigkeit Arcane Resonanz. Und die explodieren, ihr werdet das gleich sehen, Arcane Resonanz, Chintao. Ähm, vorne das X markiert, ähm, im Umkreis von 6 Metern um den Spieler herum. Ähm, ja, explodiert halt alles. Und das deckt, je mehr Spieler in dieser Explosion sind, desto höher. Und wir hatten da gestern, ich glaub, ein Vibe innerhalb von 0,5 Sekunden, hat einer halt gepennt. Und dann halt einfach wirklich den kompletten Raid gesprengt innerhalb einer Millisekunde, kann man sagen. Das Problem ist hier die Fähigkeit Arcane Geschwindigkeit, wo, ähm, ja, ich sag mal, alle Spieler möglichst nah zum Boss sein müssen. Ihr werdet das jetzt hier sehen, Arcane Geschwindigkeit, alle Spieler kommen ran. Natürlich auch die ganzen Caster und Fernkämpfer. Ähm, jetzt kann man hier wieder Bubble setzen, das hat auch unser Tank gemacht. Das seht ihr gerade, wir haben kaum Schaden bekommen. Und, ja, 0,5 Sekunden bevor das Ganze, bevor diese Arcane Geschwindigkeit ausläuft, sollten die Caster schon wieder raus und sich verteilen. Denn danach kommt sofort diese, ähm, Arcane Resonanz, also nach der Arcane Geschwindigkeit. Und, ja, ansonsten das gleiche Ding für die Tanks. Der Arcane Schock sollte wieder verteilt werden bei einem Zweier-Stack. Sonst wird der Schaden einfach viel zu hoch. Und, ja, letzten 11% hier gerade noch. Arcane Resonanz hält er, das war ganz schön knapp. Ähm, ja, so funktioniert dann der Boss. Wie gesagt, er ist nicht wirklich einfach. Ich weiß, dass er im 10-Spieler-Modus um einiges einfacher ist als im 25-Spieler-Modus. Und, ähm, ja, auch wenn ihr jetzt wieder sagen werdet, oh, scheiß 25er, die Guides und die Tipps, die ich euch in meinen 25er-Guides gebe, findet ihr, denke ich mal, in keinen anderen 10er-Guides. Ähm, ja, deswegen, denke ich mal, sind die Guides sowohl für 10er- als 25-Spieler-Modus wirklich gut geeignet. Und, ja, Feng ist jetzt down. Es war gestern halb zwölf, als wir den Boss besiegt haben. Ihr seht ja, wie viele Leichen hier rumliegen. Und, ja, nach zwei Stunden Progress haben wir ihn dann, ich sag mal, gelegt. Wir hatten davor schon einen Try mit 10% und einen Try mit einem Prozent. Vibe, muss man wohl dazu sagen. Und, ja, letzte Phase ist halt wirklich, ähm, healintensiv. Und falls ihr Heilungsprobleme haben solltet, nehmt ruhig, äh, sieben beziehungsweise acht Heiler mit. Und, falls ihr euch immer wieder fragt, warum ich hier passe, wir haben mittlerweile einen Loot-Counsel. Das heißt, ähm, wir verrollen, beziehungsweise werten die Items der anderen Spieler aus und überlegen dann, welcher Gegenstand für welchen am sinnvollsten ist. Und, ja, so funktioniert das dann bei Undisputed. Ähm, Undisputed, gutes Stichwort. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei meiner Guild Undisputed und sage bis demnächst. Macht es gut, haut rein, ciao.